Musik Das Reeperbahn Festival ist mit seiner Struktur, seiner Programmierung und nicht zuletzt mit seinem Charme in Deutschland einzigartig. Das Reeperbahn Festival ist besonders, weil es eine Ausstrahlungskraft hat, weit über Hamburg hinaus. Reeperbahn ist ein Begriff, der in Europa eine Welt bekannt ist. Heute nach Hamburg gezogen und gleich auf das Reeperbahn Festival. Perfekt hier. Was erwartet uns beim Campus? Ja, wir haben jetzt über drei Tage insgesamt 27 Fachveranstaltungen für Leute, die vor allem in der Musikwirtschaft unterwegs sind, aber auch Leute, die sich für Games, für Werbung, für Film interessieren. It ain't easy, bein' us. It ain't easy, bein' us. Ich habe es in der zweiten Liste, aber ich habe vergessen, wie viel Spaß es ist, in Deutschland zu spielen. Hey, I'm not very good at interviews, I just, I'm a stupid guy, I run around, I present music and that's it. So, have we got any Biffy Chloro fans who'd like to ask them questions? Hey, you need to get a crib, with the vampire, yeah, that you want. Es ist einfach entspannt, es ist handgemachte Musik und die Leute sind entspannt, es ist geil. Musik